Hallo und guten Tag, mein Name ist Detlef Rübbentrop. Ich bin der leitende Physiotherapeut in der Reha-Klinik in Bad Salz-Elmen und werde heute zu Ihnen zu dem Thema Becken-Bodentraining nach radikaler Prostata-Ektomie sprechen. Bei uns in der Reha kommen die Patienten circa 10 Tage nach der Operation und wir stellen immer wieder fest, dass es eine ganze Reihe an Fragen gibt zu dem Thema Becken-Boden-Muskulatur, Becken-Bodentraining. Was ist das überhaupt? Wo ist das überhaupt? Und vor allen Dingen, wie kann ich diese Muskeln benutzen und anspannen? Daraufhin haben wir uns einen Vortrag zusammengebaut und wir werden die einzelnen Punkte jetzt hier mal gemeinsam durchgehen. Was ist eigentlich Harninkontinenz? Im weitesten Sinne ist Harninkontinenz die Fähigkeit, den Urin nicht mehr kontrolliert in der Blase halten zu können. Man könnte auch sagen, es ist der Verlust der Selbstbestimmung, den Ort und den Zeitpunkt der Blasenentleerung steuern zu können. Die Patienten müssen also wieder lernen, die Muskeln zu benutzen, die dafür zuständig sind, den Urin in der Blase zu halten. Dabei gibt es vier Arten der Harninkontinenz. Ich habe Ihnen die hier mal aufgeschrieben. Für uns relevant wird der erste Punkt sein. Wir reden also von der Stressinkontinenz oder auch von der Belastungsharninkontinenz. Hierbei ist der schwache Beckenbodenmuskel die eigentliche Ursache für das Nichthaltenkönnen des Urins in der Blase. Mit anderen Worten führt ein erhöhter Bauchinnendruck durch Belastung, zum Beispiel wenn man etwas anhebt, wenn man etwas trägt oder wenn man husten muss oder niest, dazu, dass aus der Blase Urin rauströpfelt, mehr oder weniger. Und da gibt es verschiedene Belastungsstufen, in die wir die Harninkontinenz einteilen. Das sind drei schwere Grade. Und damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, habe ich die hier einmal aufgeführt. Das ist zum einen Grad 1, im Prinzip die leichteste Form der Inkontinenz. Dort tritt der Harnverlust nur auf bei schweren körperlichen Aktivitäten oder auch beim Husten, beim Niesen, wenn man über einen Witz sehr stark lachen muss zum Beispiel. Dann ist unkontrollierter Harnabgang. Diese Patienten brauchen eine Vorlage am Tag. Das ist schon ziemlich gut. Frisch nach einer Operation eine Vorlage. Prima. Grad 2 ist schon etwas schwieriger. Dort tritt die Harninkontinenz schon auf. Bei abrupten Körperbewegungen, wenn man den Körper dreht, sich vielleicht hingesetzt hat und anschließend wieder aufsteht, dann kommt es zu einer Harninkontinenz, zu einem tröpfchenweisen Abgang des Urins. Und die Patienten haben schon einen gewissen Leidensdruck. Diese Patienten brauchen mitunter drei bis vier Vorlagen am Tag. Die schlechteste Form letztendlich ist Grad 3. Dort läuft den Patienten mehr oder weniger den ganzen Tag der Urin in die Vorlage rein. Beim Liegen, beim Schlafen, bei unangestrengten Bewegungen. Und diese Patienten brauchen sechs, sieben bis acht Vorlagen pro Tag. Und der Leidensdruck hier, der ist schon enorm. Manchmal gibt es auch Abstufungen zwischen Grad 1 und Grad 2. Solche Mischformen. Und dieses wird bei der Einschätzung der Inkontinenz noch eine wichtige Rolle spielen, wenn wir über das Trinkverhalten sprechen. Ich komme zu gegebener Zeit darauf zurück. Auf dieser Folie möchte ich Ihnen darstellen, wie ein normaler Füllungs- und Entleerungszyklus der Blase aussieht, um das Verständnis zu bekommen, warum die Becken-Bohnen-Gymnastik so wichtig ist bei einer Prostata-Operation oder nach einer Prostata-Operation. Zum einen sehen wir hier oben die Blase, die geleert ist oder fast geleert ist, mit einem Muskel, der nicht viel zu halten hat, da die Blase ja nicht viel Inhalt hat. Die Blase füllt sich im Laufe der Zeit. Man isst etwas, man trinkt etwas, die Blase füllt sich. Und je voller die Blase wird, desto mehr muss dieser Beckenbohnenschließmuskel ja sich anstrengen, um den Urin in der Blase zu speichern. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo die Blase so voll ist, dass sie uns meldet ans Gehirn, an unsere Steuerzentrale in gewisser Weise, dass sie geleert werden möchte. Das ist auch gut so, dass dieser Regelprozess funktioniert und wir Bescheid bekommen von unserer Blase. Sieh zu, dass du auf die Toilette gehst. Ich möchte zeitnah geleert werden. Hier hat man ein normales Bedürfnis, auf die Toilette zu gehen. Das linke Bild soll verdeutlichen, wenn die Blase nachher so voll ist, dass es dem Muskel nicht mehr möglich ist, zu verschließen, dann kommt es zu diesem Tröpfeln. Und man kann sich gut vorstellen, wenn man bei solcher Situation noch hustet oder niest, schwere körperliche Aktivitäten hat, dass man dann den Urin tröpfchenweise verlieren kann. Also der Kenntnisprozess ist, wenn die Blase leer ist, hat der Muskel nicht viel zu halten, füllt sich die Blase, wird die Anforderung für den Beckenbodenmuskel immer stärker. Und ich zeige Ihnen das mal an meinen Händen, dieses komplizierte Wechselspiel. In der Phase, in der sich die Blase füllt, muss der Beckenbodenschließmuskel immer stärker zugreifen, um das System dicht zu bekommen. Und wenn man auf die Toilette geht und die Blase sich entleert, dann muss der Beckenboden locker lassen. Und dann füllt sich wieder die Blase, der Muskel muss zupacken, Blase entleert sich, Beckenbodenmuskulatur lässt locker. Und dieses permanente Wechselspiel gilt es zu trainieren. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie auf die Toilette gehen und in der Blase sind vielleicht nur 150 oder 200 Milliliter und Sie gehen dann schon auf die Toilette, dann hat der Muskel an dieser Stelle noch nicht viel zu halten und zu kontrollieren. Und die Männer, die dann häufig auf die Toilette gehen und sagen, ich bin Kontinent, ich brauche nur eine Vorlage am Tag, sind es nur deswegen, weil sie schon auf die Toilette gehen, wenn es eigentlich noch zu früh ist. Wir kommen auf diesen Punkt auch noch einmal zurück, wenn es darum geht, die Speicherkapazität der Blase zu erhöhen. Dieses Verständnis ist wichtig, um unser Beckenbodentraining zu verstehen. Auf dieser Seite habe ich einmal die Organe im Beckenboden dargestellt. Hier sind zwei Aussagen für mich wichtig. Sie sehen zum einen einen Querschnitt durch das männliche Becken. Und in der Anatomie gibt es zwei Schließsysteme. Das eine Schließsystem befindet sich am Ausgang der Blase, hier wo es übergeht in die Prostata. Das ist der sogenannte innere Schließmuskel. Und hier unten haben wir dann diesen Bereich, der sich spannt von dem Schambein hinter bis zum Kreuzbein. Und es geht auch von rechts nach links, von den beiden Sitzbeinknochen haben wir den sogenannten äußeren Schließmuskel. Dieser Muskel hier, der innere, der ist ein unwillkürlich arbeitender Muskel. Das ist auch ganz gut so. Denn bevor man operiert wurde, hat dieser Muskel die Aufgabe gehabt, die Blase zu verschließen, ohne dass man darüber nachdenken muss. Sie konnten in ihrem Alltag alle Tätigkeiten durchführen und der innere Schließmuskel sorgt dafür, dass die Blase zu bleibt. Jetzt kommt der Moment, wo die Blase sich meldet und Ihnen erzählt, ich möchte gerne mal auf die Toilette gebracht werden, um mich zu entleeren. Und dann haben Sie die Möglichkeit, mit dem äußeren Schließmuskel aktiv anzuspannen und den Urin zurückzuhalten. Gelegentlich braucht man das, wenn man in einem Labor den Urin abgeben muss und die wollen den Mittelstrahl haben. Dann muss man in der Lage sein, sein Urin abzukneifen. Und die Muskeln, die man da benutzt, das sind die äußeren Schließmuskeln von uns, auch als Beckenbodenschließmuskeln bezeichnet. Und in der Therapie selektieren wir noch zwischen dem sogenannten vorderen Schließmuskel und dem hinteren. Also der vordere ist der Bereich da, wo die Harnröhre durch diese Muskelschicht durchzieht, auf dem Weg nach draußen zu dem Penis. Und der hintere Schließmuskel letztendlich ist der After, der große Verschlussmuskel für den Darm, das Po-Loch. Und diese beiden arbeiten funktionell eng zusammen und wir müssen lernen, dieses Feintuning hinzubekommen, dass, etwas Burschikos ausgedrückt, Sie hinten einen Wind entweichen lassen können, ohne dass Sie vorne ein Tropfen Urin in die Vorlage bekommen. Wir nennen das manchmal schon die Formel 1 des Beckenbodentrainings. Gut. Auf dieser Folie sehen Sie den Zustand vor der Prostata-Ektomie, auf der linken Seite, die Prostata selber ist noch drin. Ich erinnere nochmal an den inneren Schließmuskel und hier der äußere. Und hier ist die Abbildung von dem Zustand nach der Operation. Und man muss sich vorstellen, dass die Blase jetzt hier auf dem Beckenboden aufliegt und dieser Bereich ab hier ist schon außerhalb des Körpers. Das heißt, ab hier haben wir keine große Chance mehr, den Urin aufzuhalten. Wir müssen diese Muskeln nutzen, den äußeren Schließmuskel adäquat anzustrengen in der Abstufung von dem Füllungszustand der Blase. Aus diesen Aussagen heraus leiten sich eigentlich die drei Säulen unseres Beckenbodentrainings ab. Ganz wichtig hierbei ist es die Mobilisation letztendlich des gesamten Skelettes. Ich habe aufgeschrieben, der Wirbelsäule an sich, der Lendenbecken-Hüftregion und der Narbe. Diese Strukturen sind unglaublich wichtig, dass die Nerven, die durch das Rückenmark oder vom Rückenmark aus kommen, an die entsprechende Region rankommen und uns mit Informationen versorgen. Wie will ich dann einen Muskelanspann im Becken, wenn der Übertragungsweg durch die Wirbelsäule, durch das Rückenmark gestört ist? Also brauchen wir eine sehr gute Mobilität in diesem Bereich. Lendenbecken-Hüftregion, auch dort, ich erzählte vorhin, dass das Kreuzbein und das Steißbein wichtige Kennbereiche sind für die Beckenbodenmuskeln. Und diese Strukturen müssen wir lockern und mobilisieren. Die zweite Säule, auch ganz wichtig, ist die Wahrnehmung und die Sensibilitätsschulung für das An- bzw. Entspannen dieser Muskeln. Gehen Sie davon aus, dass der Mensch lernt, mit fünf, sechs Jahren spätestens seine Blase und seinen Darm zu kontrollieren. Und das ganze folgende Leben, muss man nie wieder darüber nachdenken, wie das funktioniert. Es haut einfach hin, es ist, wir sagen, automatisiert. Dann kommt eine Operation, die Prostata wird entfernt, damit wird der innere Schließmuskel entfernt. Und wir haben plötzlich nur noch die äußeren Schließmuskeln zur Verfügung und wir wissen eigentlich gar nicht mehr so ganz genau, wie man die aktiv benutzt. Und das ist ganz wichtig, dem Patienten beizubringen. Wie kann ich das erreichen? Und letztendlich das Funktionstraining, dass wir diese Muskeln, von denen ich gerade sprach, dass wir die also erreichen. Und dazu gibt es Übungen mit unterschiedlichen Intensitäten. Vielleicht haben Sie das schon einmal gehört, dass spannen Sie diese Muskeln mit 10% an oder auch mit 30% oder mit 50%. Das wäre wie so ein Raster, Stufe 1, 2 und 3. Man könnte das aber auch üben, sehr von Vorteil, wie ein Potentiometer, wie ein Drehknopf. Null ist die kleinste Intensität oder auch eine Entspannung. Und wenn Sie den Knopf drehen, dann haben Sie die höchste Kraft, die Sie sich irgendwo vorstellen können, stufenlose Verstellung. Natürlich, ich habe Ihnen aufgeschrieben, ist ein dynamisches Training wichtig hier, das Zuppeln. Was bedeutet Zuppeln? Wenn man auf der Toilette war und man hat seine Blase geleert, ist man bestrebt, über rhythmisches Zusammenziehen der Becken-Bodenmuskeln seine Harnröhre auszumelken oder auch auszuquetschen. Und dieses mechanische innere Melken, dieses Zuppeln, dieses feine, zügige Anspannen und Lockerlassen, um den letzten Tropfen aus der Harnröhre zu bekommen, Das ist dieses dynamische Zuppel-Prinzip. Und auf der anderen Seite müssen wir den Muskeln zeigen, dass sie statische Haltearbeit leisten. Denn dieses System funktioniert ja so, dass die Blase mit dem Ausgang nach unten sich befindet. Es ist Flüssigkeit drin, die gilt es aufzuhalten. Und also muss die Muskulatur lernen, statisch über einen längeren Zeitraum die Arbeit zu übernehmen, die vorher der innere Schließmuskel gemacht hat. Dieser ist aber nicht mehr da. Die Prostata ist entfernt und somit müssen wir auf den Becken-Bodenmuskel zurückgreifen. Ja, Reflex-Training wäre vielleicht der letzte Punkt, dass man also, bevor man niesen muss, wir haben ganz kurz bevor das passiert, eine Information durch unseren Körper. Ich muss mal niesen. Und dann reflexartig die Becken-Bodenmuskulatur anzuspannen und zu verhindern, dass man beim Niesen, dass der Tropfen dann abgeht. Und wir reden später auch von einer Strategie, die man lernen muss. Lebenslang war das nicht notwendig. Jetzt ist das aber notwendig, sich Strategien anzugewöhnen, dass man merkt, ich muss gleich mal husten. Ich merke das. Ich muss sofort reflexartig meine Muskeln adäquat anspannen. Bei einer relativ vollen Blase, große Kraft, ist die Blase leer, reicht auch eine Kraft, die vielleicht dem Blinzeln nahe kommt. Ja, wie haben wir jetzt das Becken-Bodentraining aufgebaut? Wichtig ist dann, diese Übungen, die Sie bei uns dann erlernen, hier, dass Sie die variieren in Ihrer Intensität, in der Dauer, in der Ausgangstellung. In der Regel starten wir mit Anspannungsphasen von 5, 6 bis 7 Sekunden Haltedauer. Und das wird innerhalb der Reha-Zeit dann gesteigert auf 10, 15, 20 Sekunden mit dem Ziel, eines Tages nachmittags spazieren zu gehen, hat vorher vielleicht noch einen halben Liter Wasser getrunken und man ist in der Lage, in dieser ganzen Zeit des Walk-ins seine Blase zu kontrollieren und über diesen langen Zeitraum von 30 Minuten vielleicht oder länger eine adäquate Spannung am Beckenboden zu bekommen. Das ist etwas, was es wert ist, zu lernen. Natürlich, daran anschließend oder darauf aufgepfropft, ist das Übertragen der Übungen in den Alltag beim Treppesteigen, wenn es eben notwendig ist. Da diese Übungen zu benutzen, und manchmal fragen die Patienten auch, sagen Sie mal, reicht das eigentlich, wenn ich die Übung vormittags 10 Minuten mache und nachmittags 10 Minuten, ist das in Ordnung? Und die Antwort ist ganz klar, nein, das reicht nicht aus. Üben Sie es da, wo es erforderlich ist, nämlich im Alltag. Und ein Nebensatz noch dahingesprochen, ist es richtig, dass ich das immer übe, wenn ich auf der Toilette sitze und pinkele? Oder, da muss man ganz klar sagen, nein, das ist nicht richtig. Üben Sie das Training dieser Muskeln immer in dieser Zeit, wo die Blase sich füllt. Und wenn Sie auf die Toilette gehen, dann muss diese Muskulatur, da darf sie endlich locker lassen, da darf sie sich befreien, dass wenn die Blase sich entleert, dass der Beckenboden dann frei wird. Erinnern Sie sich an mein Modell von vorhin. Haben wir ergänzende Maßnahmen? Ja, die haben wir. Das ist zum einen das Galileo-Vibrationstraining. Dort steht man auf so einer Wackelplattform, die in solch hohen Frequenzen arbeitet, dass man reflektiv oder reflektorisch seine Muskeln anstrengen muss, ohne dass man das steuern kann. Der ganze Körper wird unter Vibration gesetzt und unter anderem auch die Beckenboden-Schließmuskeln. Und unsere Erfahrungen mit dieser Vibrationstherapie sind ziemlich gut. Es gibt ein paar Kontraindikationen, die der Doktor weiß, der Ihnen das verordnet. Da muss man ein wenig aufpassen. Aber wenn man diese Dinge nicht hat, dann ist das eine sehr sinnvolle Ergänzung zum Trainingsprogramm. Zu dem Thema Elektrotherapie, da komme ich dann später nochmal gleich drauf zurück. Der Biofeedback-Trainer, das ist ein Biofeedback, wie der Name das schon sagt. Das hilft dem Patienten beim Üben. Zum einen eine optische Anzeige, ob er die Muskeln, die Beckenboden-Schließmuskeln, richtig benutzt, in der richtigen Stärke. Aber es gibt auch Fälle, wo die Beckenboden-Muskeln derartig verspannt sind, dass die Patienten gar nicht auf Toilette können. Der Muskel hat einen zu hohen Tonus. Und die müssen lernen, diese Muskeln locker zu lassen. Und auch da hilft der Biofeedback-Trainer, den Patienten zu zeigen, wann ist eigentlich Entspannung. Das ist schwierig zu lernen, diese Wahrnehmung für die Patienten. Was ist fest, was ist locker, wie fest ist eigentlich fest. Und dann von gar keiner Anstrengung bis die Höchste, die es gibt, reflexartig anzuspannen, diese weite Palette zu erlernen, ist gar nicht so einfach. Begleitet bei uns durch moderate Trainingstherapie. Moderat bedeutet keine Übungen, wo man sich sehr stark anstrengen muss. Mit Pressen, hohe Gewichte, spielt gar keine Rolle. Patienten haben leichte Übungen, eher im Konditionsbereich oder im Koordinationsbereich. Und müssen vermeiden, Übungen mit Pressen. Das ist auch für die Narbe nicht gut. Wenn es eine Operation war, die offen war, und man hat dort eine große Bauchnarbe, ist das eh nicht zuträglich. Ja, das Walking zählt dazu. Und hier ein Punkt, wird gern vergessen, dass die Patienten eine Tumorerkrankung hatten, zum Teil noch haben, die noch in der Nachsorge dann weiter behandelt werden müssen mit einer Bestrahlung. Dass die bei der Krankheitsverarbeitung durchaus ganz schöne Probleme haben. Dass man ein Krebsleiden hat. Und wie geht das weiter? Bin ich jetzt doll krank? Bin ich wieder gesund? Da kommen Fragen auf. Und mitunter ist es sehr wichtig, dass der Arzt und die psychologische Abteilung dort interveniert und hilft. Ganz klar. Ja, das Thema Trinken, mein Lieblingsthema, ein wenig. Die empfohlene Trinkmenge pro Tag ist 1,5 bis 2,5 Liter, aber verteilt auf den ganzen Tag. Das ist relativ entscheidend, denn manche Patienten neigen dazu, am Tag wenig zu trinken. Ich muss zur Therapie, ich muss zum Vortrag, ich muss noch dahin, ich habe Walking. Weiß gar nicht, wo eine Toilette ist. Die trinken den Tag ganz wenig, fast nichts und fangen abends, 18, 19 Uhr an, ihre Wasserflaschen da zu leeren. Und das hat automatisch die Folge, dass die nachts 3, 4, 5 Mal raus müssen. Und dann ist die Frage immer, ist das eigentlich normal? Wenn Sie abends so viel trinken, ist das normal? Und ich rate Ihnen dringend ab, in den Abendstunden das Trinken zu reduzieren, sondern trinken Sie im Laufe des Tages. Die Sommer sind lang und sehr warm, da muss man sogar noch mehr trinken. Und versuchen Sie die Inkontinenz. Es ist verständlich, ja, wenn man einen Liter getrunken hat, wird das gefiltert und rutscht durch den Körper. Und dass man, wenn man Inkontinenzprobleme hat, dass man sich da fragt, ist das so gut für mich? Ja, Sie müssen trinken. Und Ihre Übungen machen. Gibt es mögliche Nebenwirkungen, wenn man zu wenig trinkt? Eine ganze Menge. Und das ist vielen Leuten gar nicht so bewusst. Und gerade das Thema Kopfschmerzen, Stuhlgangsprobleme, also Verstopfung. Wenn man Darmverstopfung hat, dann muss man sogar pressen, um den Kot loszuwehren. Und das Pressen ist wieder für die Narbe nicht gut. Das Blut wird dick. Man hat eine Thrombose-Neigung. Alles Dinge, die passieren können, wenn man nicht ausreichend trinkt. Vor allem auch die Infektionsgefahr, wenn die Nieren nicht richtig gespült werden. In der Blase landet zu wenig Flüssigkeit. Und dass man sich dort noch eine Harnwegsinfektion zuzieht. Und dass man letztendlich dehydriert. Die haben den Falten, sind vertrocknet. Und müssen einfach trinken. Und günstig ist, wenn man das fertig hat bis abends, so sagen wir mal 19 Uhr, vielleicht 19.30 Uhr. Und dann in den Abendstunden das Trinken reduziert. Dann in den späteren Abendstunden das Getrunkene auf die Toilette zu bringen. Und dann sollte man in der Nacht ganz gut hinkommen. Vielleicht ein- bis zweimal, ja, auf die Toilette gehen des Nachts. Eine Aussage noch zu den Koffein- oder Tee-inhaltigen Getränken. Es ist klar, die kurbeln den Stoffwechsel an. Und wenn ich meinen Stoffwechsel anrege, mein Vegetativum hochfahre, dann wird auch die Urinproduktion angekurbelt. Und das ist bei Alkohol genauso. Nichts gegen das Bier am Abend. Das ist gut. Das dürfen Sie gerne inmaßen. Das ist das Entscheidende dabei. Ja, beim Essen ist es ähnlich. Auch hier sehr heiße Speisen, scharfe Speisen. Das ist alles etwas, was den Stoffwechsel ankurbelt. Vielleicht können Sie in der ersten Zeit darauf verzichten. Das Körpergewicht spielt eine Rolle. Sie können sich vorstellen, wenn hier 30, 40 Kilo Eingeweide auf diesen Bereich drauf drücken und ich habe unten schon Schwierigkeiten zuzuhalten, dann wird das durch starkes Übergewicht eher schwerer. Das ist wichtig, die Ernährung. Und das Rauchen nicht gut ist, weiß man eh. Aber das Problem ist hier, Thema Wundheilung und selbst der Einfluss auf Wirkung von Schmerzmedikamenten, die nachlassen bei Rauchern. Und das ist wirklich ein Thema, was man nicht unter den Tisch kehren darf. Das ist allen bewusst. Aber ein Zigarettchen nach dem Essen mag erlaubt sein. Aber das habe ich gerade nicht gesagt. Gut. Weitere Maßnahmen sind, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, am Anfang des Vortrages, nach der Operation ist das sinnvoll, dass man relativ häufig auf Toilette geht, sprich alle zwei Stunden. Die Operation führt ja dazu, dass dieses System ist ja noch nicht dicht. Man hat einen Katheter liegen, der wird gezogen. Und wir müssen uns vorsehen, dass der Urin in den Bauchhöhlen läuft. Und dementsprechend darf nicht so ein hoher Druck auf dem System sein. Dementsprechend geht man schon häufig zur Toilette. Der Nachteil ist, das kann man sich angewöhnen. Und dann geht man immer auf die Toilette nach zwei Stunden, obwohl man gar nicht muss. Die große Frage ist, müssen Sie überhaupt? Nein. Nein. Steigern Sie die Intervalle. Gehen Sie nicht vorsichtshalber auf Toilette, sondern wenn es so weit ist. Und trainieren Sie dementsprechend dann, den Füllungsgrad der Blase entsprechend zu steigern. Über die Reduzierung der nächtlichen Toilettengänge haben wir schon gesprochen. Und manchmal, wenn man des Nachts wach wird und man checkt so seine Blase und sagt, ach, eigentlich könnte ich schon, naja, vielleicht auch nicht. Dass man sich beruhigt, durchatmet und vielleicht aus den vier Toilettengängen auf drei kommt, sich beruhigt und dann auf einer Sitzung etwas mehr Urin abtransportieren kann. Ein Punkt, über den haben wir noch nicht gesprochen, ist die Körperhygiene im Intimbereich. Dass man sich also regelmäßig wäscht, das muss gar nicht mit Seife sein. Einfach waschen, sauber halten, Bakterien lieben dieses feuchte Niveau oder Milieu, krabbeln durch die Harnröhre hoch, besiedeln die Blase. Man hat eine Blasenentzündung, das geht schnell und das wollen wir vermeiden. So, kommen wir zu dem Thema allgemeine Verhaltensmaßnahmen, sportliche Aktivitäten. Es ist, auch da streiten sich die Gelehrten, aber als Regel würde ich sagen, sechs Monate nach der Operation sollten Sie kein Fahrrad fahren. Gemeint ist aber nicht zum Bäcker 150 Meter. Das ist bedenkenlos, können Sie machen. Aber wenn Sie den Elberradweg langfahren wollen oder an der Weser 500 Kilometer, das ist zu viel. Warten Sie noch einige Zeit, diesen Zeitraum ab. Danach sollte das durchaus wieder gehen. Und es gibt dann auch im Fachhandelssättel für Männer, wo man nicht auf dem Damm sitzt, sondern rechts und links auf den Sitzbeinknochen. Da kann man sich beraten lassen. Das geht ganz gut. Auch hier wieder das Ziel, moderates Ausdauer- und Krafttraining. Das ist durchaus in der Perspektive gut möglich, ein normales Leben zu führen. Und diese Sportarten, wo das in Frage kommt, vielleicht haben Sie die Möglichkeit, eine Selbsthilfegruppe zu finden bei sich in der Region und dort sich mit einzugliedern. Und Sie merken auch, Sie sind nicht alleine. Andere Menschen haben auch ähnliche Probleme. Und gemeinsam macht das eh viel mehr Spaß. Vielleicht noch eine Information. Wenn man Muskelkater hat, dann kann das dadurch auch sein, dass Sie bei den Trainingseinheiten sich immer zu doll anspannt, zu feste machen und zu lange halten, dass diese zu hohe Intensität oftmals negativ ist. Das wirft einen zurück. Man hat Muskelkater, das ist inkoordiniert. Und dann erzählen die Patienten, je mehr ich da trainiere, desto schlechter wird das. Das ist kein Wunder, weil es man falsch trainiert. Diese Muskeln muss man sorgfältig behandeln, den Rest des Körpers auch. Aber hier ist eine zu hohe Intensität schlecht. Eine Aussage noch zur Elektro. Wir hatten das vorhin schon kurz angeschnitten zur Stimulation des Beckenbodens. Wenn der Strom läuft, arbeiten Sie mit. Spannen diese Muskeln an, atmen in Ruhe weiter und lassen, wenn der Strom wieder weg ist, langsam nach. Dass wir also so eine Welle bekommen zwischen Anspannung und Entspannung. Locker bleiben und mit dem Strom sozusagen mitarbeiten. Das Husten hatten wir vorhin schon kurz besprochen auch. Und ein kleiner Tipp von mir. Wenn man hustet über die frontale Ebene hier in diesem Bereich, dann wird es sehr stark gecruncht. Es wird belastet. Das ist für die Narbe nicht gut, für die Blase und schon gar nicht für unser Ventil, den äußeren Schließmuskel. Das geht viel besser, wenn man den Kopf zur Seite dreht und über die Seite hustet oder niest. Dann wird die Kraft etwas über die Körperseite abgeleitet und belastet nicht so stark diesen Bereich. Und das Gleiche trifft zu für die, wenn man den Lagewechsel macht, man steht auf dem Bett auf oder sowas, dass man das über die Seite macht. Das belastet diesen Bereich nicht so sehr. Und das ist immer so wichtig, man darf es nicht überbewerten, es ist trotzdem wichtig darauf hinzuweisen, dass wenn sich irgendwas plötzlich ändert, es ist plötzlich dicht, von heute auf morgen, hat man, auf einmal sagt man, ich bin Kontinent, juhu, ich brauche keine Vorlage. Man könnte darauf hinweisen, dass Sie da irgendwie eine Stenose bekommen haben, dass die Narbe sich verengt hat und dass man fast pressen muss, um den Urin loszuwerden. Das ist ein Achtungszeichen. Oder wenn man sehr häufig auf Toilette muss, alle 20 Minuten, das könnte für eine Infektion sprechen, die Sie sich da eingefangen haben. Und da müssen Sie zum Doktor. Es muss geprüft werden und entsprechend mit Medikamenten dann behandelt. Oder was es auch schon gab, etwas Blut im Urin, der sich zeigte, das sind so Hinweise, wo man zum Arzt gehen sollte. Gut, jetzt habe ich Ihnen noch ein paar Übungen aus unserer Praxis mitgebracht zu dem Thema Mobilisation. Die linken beiden Abbildungen, da sagen wir ganz gerne Scheibenwischer dazu. Wir drehen also die Beine kräftig von innen nach außen in die gleiche Richtung und entgegengesetzt, um diese Becken- und Hüftgelenke und Muskeln etwas zu lockern. Das ist für uns hier so der Bergsteiger. Man schiebt die Beine unterschiedlich raus, um in der Lände, wo die Nerven ja herkommen, die uns versorgen im Blasenbereich, zu stimulieren. Eine sehr wichtige Übung im Wechsel alternierend die Beine hin und her zu schieben. Auch hier die Spirale, man liegt auf dem Rücken und dreht beide Beine von rechts nach links, so weit wie man das schmerzfrei kann, um die Knochen aufzumobilisieren. Und müssen Sie sich auch vorstellen, die Narbe vorne bekommt natürlich auch einen Zug, wenn man dann noch Luft holt in diesem Bereich, dann haben wir eine schöne Mobilisation für das ganze System. Hier abgebildet einmal der Fächer, auch das Aufspreizen der Beine, um den Beckenbodenbereich einmal zu dehnen, zu öffnen, zu spreizen. Und dieses Modell soll uns zeigen, dass man mit seinem Becken wie eine Uhr von 12 Uhr auf 3 Uhr sich in der Lände mobilisieren kann. Oder auch von 9 Uhr auf 3 Uhr oder im Uhrzeigersinn, das ist Ihnen völlig freigestellt. Und dass wir auf die Weise unsere Gelenke in diesem Dope mobilisieren. Dieses Bild habe ich nochmal rausgesucht, was bedeuten soll, nehmen Sie sich bei den Übungen Zeit, bei dem Erlernen der Übungen, das ist so in der ersten Phase wichtig, atmen Sie in Ruhe weiter, konzentrieren Sie sich auf diesen Bereich, solange es Ihnen gelingt. Und wenn das alles gut klappt in dieser Position, dann kann man das aus Seitenlage üben, aus dem Vierfüßlerstand, im Stand, später dann beim Treppesteigen, beim Hüpfen und so weiter. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ich bedanke mich fürs Zuhören und alles Gute für Sie.